Das Landesbreitensportturnier ist gerade erst zu Ende gegangen hier auf der Rennkoppel. Schon geht es weiter im großen Sport. Jetzt das Fahrfest des Nordens. Drei Tage Fahrsport in der Landesmeisterschaft für die 1, 2 und die 4 Spender. Erster Tag heute mit den Dressurwettbewerben. Die Fahrer haben für die Landesmeisterschaft, für den Landestitel, drei Wettbewerbe zu fahren. Die Dressurprüfung am Freitag, am ersten Turniertag. Am Sonntag geht es dann ins Gelände, auf die Geländestrecke. Dort ist eine Wegestrecke zu fahren und eine etwa 6.000 Meter lange Hindernisstrecke. Sechs Hindernisse müssen durchfahren werden in der rechten Reihenfolge. Daraus ergibt sich ein weiteres Ergebnis in der Wertung um die Landesmeisterschaft. Und am Sonntag geht es dann in den dritten und letzten Wettbewerb ins große Finale mit dem Kegelfahren hier auf dem Platz. Danach werden aus den drei Wertungsprüfungen die Landesmeister in den Anspannungsarten ermittelt. Und natürlich gibt es auch Einzelsieger in den einzelnen Prüfungen in einer Wertung für den jeweiligen Wettbewerb und in einer kombinierten Wertung aus Dressur, Hindernis und Gelände. Und dann haben wir neue Meister, fünf Stück an der Zahl, in den Ponyklassen, in den Großwetteklassen und in den drei Anspannungsarten. Ein, zwei und vier Spender. Insgesamt 30 Fahrwettbewerbe sind beim Fahrfest des Nordens ausgeschrieben. Neben den Wertungsprüfungen zur Landesmeisterschaft in der Klasse M werden auch die Jugendlichen wieder einen Finalsieger im Jugendcup der Klasse E ermitteln. Nach drei Qualifikationen im Verlaufe des Jahres finden sich die Besten beim Fahrfest zum großen Finale zusammen. Ihre Titel verteidigen wollen wohl alle zurzeit noch amtierenden Meister. Allen voran die Viererzugfahrer mit dem alljährlichen Duell zwischen Hans-Peter Goldnick und Ex-Meister Robert Blender. Bei den Pony-Einspännern wird Julius Dehmann nicht zuletzt wegen seiner starken Vorstellung bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2013 in der Klasse der Pony-Zweispänner hoch gehandelt. Du bist Titelverteidiger. Was hast du dir vorgenommen? Ja, den Titel zu verteidigen haben wir uns vorgenommen. Wir werden alles daran setzen, unsere beste Leistung wieder abzufordern hier. Mit Dressur geht es heute los. Dein erster Auftritt. Womit rechnest du bei der Dressur heute Nachmittag? Ich rechne damit dabei zu sein. Ansonsten hoffe ich im ersten Drittel nachher platziert zu werden. Dann haben wir beste Chancen auch aufs Treppchen zu kommen am Ende. Wo sind deine Stärken? Dressur, Hindernis, Kegelfahren? Die größte Stärke gerade der Pony ist auch von mir, liegt im Gelände. Und dann das Hindernisfahren, würde ich sagen. Die Dressur ist so ein bisschen Pflichtprogramm. Aber auch macht auch sehr viel Spaß. Das heißt, wenn du heute Dressur-mäßig nicht ganz so gut wärst, könntest du morgen was rausreißen? Genau. Und das könnte ich auch verstehen, wenn ich nicht ganz so gut wäre in der Dressur. Ist man dann nervös bei einer Meisterschaft oder ist das ganz egal? Also ich nicht. Ich persönlich nicht. Andere bestimmt. Ich fahre jetzt schon neun Jahre im Turniersport. Auch nicht meine erste Meisterschaft. Aber direkt vor der Prüfung vielleicht ein wenig. Aber das legt sich dann spätestens im Dressurvierck, wenn man sich auf die Pferde konzentriert. Trainierst du für eine Landesmeisterschaft wie hier zum Beispiel besonders als für ein anderes Turnier? Oder ist das das Gleiche? Nö, das ist eigentlich das Gleiche. Ich versuche die Ponys immer auf dem höchsten Leistungsstand zu haben. Ich fahre vier bis fünf Mal die Woche. Trainiere ich mit meinen Ponys, konditionell und auch dressurmäßige Arbeit. Im Gegensatz zum Reiter, der mit seinem gesamten Körper auf das Pferd einwirken kann, stehen dem Fahrer nur Leinen und die Peitsche zur Verfügung. Deren richtiger Gebrauch fließt ebenfalls in die Bewertung mit ein. Aber auch das exakte Fahren der Figuren ist ein wichtiges Kriterium in der Beurteilung der gefahrenen Dressuraufgabe. Die Dressur geht mit über 50 Prozent in die Gesamtwertung ein. Das heißt, wenn man in dieser Prüfung Punkte verliert, ist es schwierig, diese bei der Geländeprüfung oder beim Hindernisfahren wieder aufzuholen. Hauptsponsor der diesjährigen Landesmeisterschaften ist die amerikanische Traditionsmarke Jeep in Kooperation mit dem Autocenter Arendt aus Neumünster. Wolfgang Kapke aus Hemmo-Westersode ist Fahrer und Züchter. Er ist zum wiederholten Male beim Fahrfest des Nordens dabei. Die Stärken seines Hafflinger-Gespanns sieht er aktuell in der Geländeprüfung und im Hindernisfahren. Wolfgang Kapke schon zum wiederholten Male hier beim Fahrfest des Nordens bei den Landesmeisterschaften der Ein-, Zwei- und in diesem Falle Vierspänner. Wie ist es gelaufen? Wir haben gerade die Dressur schon gesehen in der ersten Prüfung. Ich war sehr zufrieden damit. Auch der neue, den ich jetzt ein paar Wochen im Gespann habe, läuft sehr gut mit. Und das müssen wir jetzt mal abwarten, wie die anderen so fahren. Und wo wir dann liegen, müssen wir dann mal sehen. Diese Pferde waren ja im vorigen Jahr in derselben Anspannung hier bei uns auf dem Fahrfest. Hat sich da was verändert seit dem vorigen Jahr, wenn das Gespann schon ein Jahr zusammenläuft? Ja, drei waren schon mal hier mit bei Ihnen auf dem Turnier und der eine ist jetzt neu im Gespann mit drin. Aber er hat das gar nicht schlecht gemacht. Er hätte noch ein bisschen mehr ziehen müssen. Aber dem fehlt die Kondition noch ein bisschen. Insgesamt gesehen seid ihr auf Turnieren viel unterwegs? Ja, ich bin jetzt mehrmals mit diesem Viererzug so unterwegs gewesen. Auch zweispändig, auch in Ahr, diverse Turniere gefahren, wo wir auch dritt eine Bezirksmeisterschaft geworden sind. Und das war schon alles schön reibungslos. Sie sind nicht nur Sportler, habe ich gehört, sondern auch Züchter dieser Pferde, die da vor dem Wagen sind? Ja, da bin ich auch Züchter von diesen Pferden. Wir züchten die selber auf. Und dreijährig haben wir die, machen wir die, dann fangen wir damit an, bereiten die vor vom Wagen. Dann werden die angespannt, wenn sie vier, fünf Mal vom Wagen gefahren, dreijährig. Dann stellen wir sie in Ruhe wieder weg und holen sie das Jahr darauf wieder raus. Und dann wissen die schon genau, was die vom Wagen machen sollen. Es gibt ja viele Pferderassen, die man vor der Kutsche fahren kann. Warum sind es gerade Haflinger geworden bei euch? Ich habe früher mal Großpferde ganz zu Anfang gehabt, wo ich angefangen bin zu fahren. Das hat aber nicht wirklich geklappt. Die habe ich zum Einfahren weggebracht. Das wollte nicht so klappen. Da sagte der Trainer da damals, das ist eine Nummer zu groß für einen Anfänger. Und darauf habe ich mir den gespannten Haflinger, wurde mir angeboten, habe ich mir die gekauft und habe mir dann noch mal zwei dazu gekauft. Und dann sind wir mit dem Vierspännig-Fahren angefangen, so langsam auf kleinen Turnieren. Und wenn ich irgendwo hinkomme, komme ich jetzt mit den Großpferden. Ich habe noch einen gespannten Großpferde. Dann fragen sie alle, wo sind die Haflinger? Die Großen passen gar nicht zu mir. Das war die Vorstellung von Wolfgang Kacke mit der Gespannnummer 42. Auch Dopingkontrollen gehören dazu. Stichprobenartig werden Pferde in die sogenannte Dopingbox gebracht. Hier nimmt Tierärztin Heike Schwalenberg gerade eine Urinprobe. Mit dem Dopingtest ist es unter anderem möglich, Schmerzmittel nachzuweisen, die einen Lahm des Pferdes in der Prüfung verdecken sollen. Das Wetter war am Freitag leider nicht ganz optimal, aber auch davon ließen sich die Besucher nicht abschrecken.